Ich glaube, wenn man Eltern so fragt, so frischgebackene Eltern, womit die so den meisten Stress haben am Anfang, ist es glaube ich das Schlafen oder das Nichtschlafen. So Kinder, die schlafen maximal zwei, drei Stunden in der Nacht, da haben sie irgendwie die Windel voll oder haben Durst oder haben Hunger oder was weiß ich. Und unser Kurzer schläft am besten beim Autofahren. Das hat er glaube ich von mir geerbt. Ich schlafe auch am besten, wenn er irgendwo rumgefahren wird. Ich kann es auch kaum erwarten, bis diese selbstfahrenden Autos rauskommen. Einfach Kinn reinsetzen, einmal ein bisschen nach Holland und zurück, fertig. Auf dem Rückweg kann er direkt ein bisschen Gras mitbringen. Schlafende Babys werden an der Grenze ganz selten kontrolliert.